Foto ohne Kopftuch bestraft der Iran 10-jährige Turn-Ehrin. Stand, 26.12.2017, 11.16 Uhr Seitenanfang. Eine 10-jährige Turn-Ehrin muss in Iran mit Sanktionen ihres Verbandes rechnen. Der Grund, im Internet war ein Foto von ihr aufgetaucht, auf dem sie kein Kopftuch trägt. Die Familie sieht das als Privatsache, der Verband nicht. Von Karin Sens, ARD-Studio Istanbul der Iran, will möglicherweise gegen ein 10-jähriges Mädchen vorgehen. Die junge Turn-Ehrin hatte im Ausland kein Kopftuch getragen. Im Internet war ein Foto des Mädchens aufgetaucht, das sie beim Turnen ohne Kopftuch zeigt. Zuerst hieß es, das Bild sei von einem Wettkampf in Kuala Lumpur. Der Vater der 10-Jährigen erklärte dagegen, er habe das Foto selbst gemacht, und zwar bei einem privaten Trainingscamp in Armenien. Der iranischen Nachrichtenagentur Isna, sagte der Vater, was meine Familie und ich privat machen, geht den Verband doch nichts an. Der Turner-Verband sieht das allerdings anders. Er will ein Disziplinarverfahren gegen das Mädchen einleiten. Sie könnte dann von Wettkämpfen ausgeschlossen werden. Iran schreibt Kopftuch ab 9 Jahren vor Mädchen im Iran, müssen ab einem Alter von 9 Jahren ein Kopftuch tragen. Für IranerInnen im Ausland gilt die Vorschrift nicht, wenn sie privat unterwegs sind. Allerdings müssen beispielsweise SchauspielerInnen oder auch SportlerInnen mit Sanktionen rechnen, wenn Bilder von ihnen ohne Kopftuch an die Öffentlichkeit gelangen. Beim Sport gibt es eine islamische Kleiderordnung, die der jeweilige nationale Sportverband vorgibt. Die internationalen Verbände müssen die Uniform dann genehmigen. Im Turnen hat der Iran deshalb schon seit vielen Jahren keine Frauenmannschaft mehr, die an internationalen Wettkämpfen teilnimmt. Debatte in sozialen Netzwerken Der Fall der jungen Turn-Ehren wird im Iran in den sozialen Netzwerken diskutiert. Dabei wird vor allem kritisiert, dass man schon gegen eine 10-Jährige wegen der Kopftuchvorschrift vorgehen will. Mehr zu diesem Thema Unverschleierte Models im Iran verhaftet 16.05.2016 Alltag im Iran Freiheit vom Kopftuch nur im Internet 25.09.2014 Weltatlas Iran Ihre Meinung Meta.tagesschau.de Bisher keine Kommentare Zur Meldung alle Kommentare, Anzeigen oder einen eigenen Kommentar hinzufügen Schlagwörter der Meldung Iran Kopftuchtonen